Guten Tag und herzlich willkommen bei Perfetto in Köln. Mein Name ist Sebastian Mielke und ich freue mich, Sie hier in der Weinabteilung des Kölner Perfetto-Marktes begrüßen zu dürfen. Mit über 2000 verschiedenen edlen Tropfen ist unsere Weinabteilung auf einer Fläche von 250 Quadratmetern ein großes Paradies für Weinfreunde und alle, die es werden wollen. Die Angebotspalette reicht dabei von guten, einfachen Weinen aus der ganzen Welt bis hin zu großen Gewächsen aus Deutschland und Frankreich. Wir führen nicht nur einheimische und regionale Spezialitäten aller bekannten Weinanbaugebiete, sondern auch edles aus den besten Lagen mit deutlich französischem Akzent. Neben großen Namen wie Mouton oder Lafitte Rothschild erfreut sich die Auswahl von knapp 80 Champagnern riesiger Beliebtheit bei unseren Kunden. Das Angebot an Spirituosen steht dem Weinangebot in nichts nach. Besonders hervorzuheben sind hier vor allem Whisky, Gin und Rum. Hier haben wir unser Sortiment in den vergangenen Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage deutlich ausgebaut und bieten unseren Kunden eine Auswahl an, die seinesgleichen sucht. Damit alle Weinfreunde aus dem großen Angebot schnell und sicher ihre Favoriten finden, stehen drei fachkompetente Berater bereit, die auch in puncto Geschenkverpackung ein kreatives Händchen haben. Die Motivation sieht unser Team dabei aus der Freude an der Arbeit und dem zufriedenen Lächeln unserer glücklichen Kunden. Neben täglichen Verkostungen an unserer Winothek organisieren wir für unsere Kunden monatliche Weinabende. Diese Weinabende erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass die Events für das ganze Jahr schon kurz nach Bekanntgabe der Termine ausverkauft waren. Wie auch in dem vergangenen Jahr bildet dabei unser 5-Gang-Champagner-Menü ein Highlight kurz vor Weihnachten. Hier werden die Genießer bei uns in der Filiale live bekocht und erhalten zu dem jeweiligen Gang den passenden Champagner von einem Experten vorgestellt. Im Rahmen unseres Grundsatzes feine Kost erleben und genießen ist bei uns stets der Kunde im Mittelpunkt unserer Arbeit.